Ich bin Maja Reiniker, 41 und komme aus dem Aargau und freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt im Nationalrat für unseres Land tätig sein, Vertreibsekonomin FH. Aber das ist mir auch wirklich am wichtigsten. Das sind meine drei Kinder, die wir haben. Die sind 12, 11 und 9 und ich probiere wirklich, drei von sieben Tagen zu Hause zu sein für meine drei Kinder. Der Nationalrat 1995, als ich als Teilnehmerin der Jugendsession und unten schon mal im Rat stand, ich stand am Rednerpool und zitterte. Ich fand das unwahrscheinlich spannend und fand ich, dass ich wieder zurück will. Voilà, hier bin ich. Durch das Engagement in der Gemeinde, in der Schulpflege, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Und das hat mich dann letztlich auch in Grossrat gebracht und heute eben in Nationalrat. Obwohl ich noch als jugendliches Alter habe, ich vergesse viele Sachen immer wieder, respektive die wichtigsten Sachen. Und obwohl ich digital unterwegs bin, die schreibe ich hier in mein Buch auf, das ist immer in meiner Handtasche dabei. Das gibt mir Sicherheit, dass ich hoffentlich nichts vergesse, einfach als Unterstützung in meinem täglichen Alltag, als auch politisch natürlich. Aber das hat mich da! Bei der Handtasche dabei ist es, wo ich in Ordnung kann. Und dabei, in Ordnung, wie MDR 5, ligen die schreibe ich brauche. Ich will etwas dazu sagen, wir sagen, wenn Du da mich nicht in meine Handtasche